Aber du willst als Streamer auch irgendwie so ein Reward, sei es Viewer oder so andere Sachen, weil du investierst dann zum Beispiel 8 Stunden deines Tages und ähm, mit 8 Stunden, Digga, kann ich auch anders was anderes machen. Also dann kann ich 4 Stunden am Tag irgendwas streamen, weil wenn ich nur 4 Stunden was streamen, dann kann ich auch direkt sein lassen, weil das bringt nichts. Ähm, S-Sim-On-Live, danke für den Raid, Digga. Vielen Dank, Bro. Bro, wer bist du? Fuck? Not bad, Digga. 13 Leute? Wer bist du?